Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Geburtstag hast. Alles Gute wünsche ich dir. Und weil du heute Geburtstag hast, bekommst du einen Nein. Deinen Zaubertrick, deinen persönlichen Zaubertrick, führt dich zu deinem Geburtstag. Ach ja, nicht wundern, anstatt Augen habe ich Arschlöcher im Gesicht, aber egal. Also, ich werde nun versuchen, diesen Zauberstab durch meine Nase zu drücken und ihn aus meinem Mund wieder herauszuziehen. Das hast du bestimmt noch nie irgendwo mal gesehen. Also, bist du bereit? Los geht's! Doch er sieht dich nicht. Geh doch mal etwas näher ran und schau genau in sein Gesicht. Und du wirst es einfach nicht glauben. Er hat zwei Arschlöcher anstelle von Augen. Geh doch mal etwas näher ran und schau mal ein An. Ja, ich werde gerne. Und du wirst es einfach nicht geglaubt. Und du wirst es einfach nicht gut. Ich bin untertitelt. Ich bin untertitelt. Ja, ich bin untertitelt. Ich bin untertitelt.